Am 31. Januar endete die Jagdsaison in Mecklenburg-Vorpommern. In den vergangenen Jahren wurden deutlich mehr Wild mittels Treibjagd erlegt als im aktuellen Zeitraum. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind deutlich mehr Menschen in den Wäldern unterwegs. Es wird vermutet, dass die Tiere dadurch abgeschreckt werden und sich zurückziehen. Insbesondere beim Schwarzwild werden rückläufige Abschusszahlen verzeichnet. Das lässt sich auch mit geschrumpften Wildschweinbeständen erklären. Aufgrund der afrikanischen Schweinepest war es wichtig, dass die Wildschweinanzahl minimiert wird, zum Schutze der Hausschweinbestände. Es wurde zwischenzeitlich eine sogenannte Pürzelprämie ausgezahlt. Diese Prämie vom Landwirtschaftsministerium honorierte erlegte Wildschweine mit 50 Euro. Mit abschließenden Ergebnissen zur Jagdsaison wird erst im Spätsommer 2023 gerechnet.